Mein Name ist Zehida Bichorac, ich lebe in Bosnien-Herzegowina, Velka Kladuša, also das ist ein Ort ein paar Kilometer von der Grenze mit der Europäischen Union. Ich komme gerade von der Grenze und da die Bilder, die ich und die Bevölkerung von Unasana-Kanton, besonders in Velka Kladuša, sieht, das steht einem also so lange im Kopf, dass man auf nichts anderes denken kann, dass man sich einfach fragt, ob wir im Mittelalter leben oder ob wir im 21 Jahrhundert leben. Selbst bin ich hunderte Male und mehr gezeugt, wo die Menschen, in welchem Zustand die Menschen von der Grenze zurückkamen und wo sie brutal geschlagen sind, wo sie mit Zigaretten wurden auf ihren Haut gelöscht, die Menschen sind von Hunden gebissen. Dass die Menschen wegen anderer Hautfarbe nicht in eine Cafeterie reinkommen, nicht in den Friseursalon rein dürfen, dass sie im hinteren Teil des Buses sitzen müssen, das ist so ein schlechtes Bild, das wir unsere Generationen hinterlassen. Wie kann ich meinen Kindern in der Schule von Demokratie reden? Wie kann ich ihnen sprechen von Menschenrechten? Wie kann ich ihnen jetzt erzählen von Kinderrechten? Wenn überall herum sind Kinder, die mehr als drei bis fünf Jahre nicht in die Schule gehen. Die Situation muss sich ändern. Die Situation muss besser werden. Wenn nicht unseretwegen, dann wegen der Generation, die nach uns kommen und wegen den Menschen, die leiden. Zu Schutz der Menschen, die dem Leid ausgesetzt sind, brauchen wir Genfer Flüchtlingskonvention. Das 우리는 hoffen consecutive Freakern aus inicial, die Israelis in folge von Kindern. Für die Sport mein Leben zu erstellen, was Chamberl 그러면 Sie diese Auszählung сделать, die wenn sie eine Machen ver言 recognieren. Das ist das ein, was Sie die In jedem. Schon nieuht v켜. SeinUND ist das « Mehrheiten in deinen paterlänz» far прикlimiert.